Norddeutscher Rundfunk 2021 Rundfunk 2021 Alles gut? Alles gut? Alles gut Alles gut Grüß dich, Mr. Sieltek! Ja, ja! Grüß dich, Mr. Sieltek! Ja, ja! Grüß dich! Grüß dich, Mr. Sieltek! Mach's mal ein bisschen hinter, gleich der Akkuhalle! Dann muss der Bekurve hin! Alles gut? Alles gut? Alles gut! Lass dir das Eis schmecken! Danke! Musik 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 Ihr müsst auch mal lachen! Ich hab wohl schon dreimal drauf gelacht nie! Chell... Musik Musik Ja, hüpft! Ja, passt doch. Bis hier hier passt es doch mit dem Winken. Stellt mal bis hier. Bis hier könnt ihr noch Winken, dass er da so will. Sehr gut. Das will man ja immer schicksal. Geht ja. Bis hier seid ihr da drin. Bis hier könnt ihr winken. Und jetzt geht das mit ihm. Und jetzt geht es. Und jetzt geht es. Ah, ich will meine Kindheit. Das ist jetzt. Wirklich, das hast du reibgedankt, ja. Mama, den kennt man, den kennt man. Perfekt sitzt er. Den hab ich mitgebracht. Hey, wo ist jetzt hier? Ja, passt, jawohl. Hansi! Passt! Passt! Oh, jetzt der Akku alle! Da ist er! Da, echt? Oh, wer macht ihr? Oh! 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 Endlich die Märchen! Ich bin der Märchenprinz! Ich bin der Märchenprinz! Oh! 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 Das sind die anderen beiden. Seid ihr alle da? Die Zwerge waren doch schon durch, oder? Das waren die Vordrängler. Da ist noch genug. Hätte ich nie gedacht, dass sie so schnell sind. Die können auch rennen. Was? Kommt da noch mehr? Da ist ja viel zu voll. Wo hast du das eigentlich? Hallo! Hallo! Zu spät! Zu spät! Winken nicht vergessen! Bis hierher könnt ihr winken! Weiter! Passt! Passt! Jetzt ist der König weg! Jetzt ist Ruhe da! Leo! Ihr müsst noch zwei Stunden links, die müsst ihr sparen. Wie viele Pferde habt ihr denn? Winken nicht vergessen! Oh! 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 So sehen Sie aus! Wenn du da hast! Oh! Immer noch drauf, noch drauf, noch drauf! Was? 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 Kommen die Holzhütter mit Schlitten oder kommen die Apotheke? Da sind sie ja! Da ist es doch! Na ja! Das ist ja auch eine Idee, ne? Ja! Jetzt könnt ihr winken! Bitte! Oh! 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 Jetzt könnt ihr winken! Ja! Oh! Vögelchen ist hier! Ja! Juhu! 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 Du hast ja die anderen Pferde gelassen, Theo! In den Schrank gestellt! In den Schrank gestellt! Juhu! Der krönende Abschluss! Die Sonne geht auf! Auf jeden Fall! Was hast du gesagt, Sida? Dein Eis hat gereicht? Das Eis hat bis eben gereicht. Danke, das war sehr schön. Die sind aber schon durch, die anderen. Ja, das wissen wir ja, ist ja der Ärger. Die waren für früh, ohne die Tanne. Ach so. Die kommen aber wieder auf den Rückweg.